Fettpülsterchen, die sich mit der Zeit insbesondere an Hüften, Po und Bauch festsetzen, machen nicht nur keine gute Figur. Sie beeinträchtigen auch die Gesundheit. Übergewicht kann zu verschiedenen, teilweise ernsten, Krankheiten führen. Doch ein gelagertes Fett wieder loszuwerden, ist kein einfaches Unterfang. Viele Diäten sind sinnlos oder ungesund und führen trotz vieler Opfer nicht zum gewünschten Ziel. Doch wo liegt das Geheimnis einer effektiven und gleichzeitig gesunden Fettverbrennung? Es gibt zwar viel Information zu diesem Thema, doch immer wieder findet man irreführende Methoden und viele, die den Wunsch vieler Menschen, an Gewicht zu verlieren, nutzen, um damit Geschäfte zu machen. In der Werbung werden oft folgende Methoden offeriert, die meist nicht halten. Was sie versprechen, diese Liste könnte noch mit vielen anderen Techniken und Produkten fortgesetzt werden. Sie haben alle eines gemeinsam, sie funktionieren theoretisch, ohne sich besonders anstrengen oder Sport treiben zu müssen. Wir empfehlen auch diesen Beitrag, 5 leckere Mixgetränke, mit denen du ohne Hunger abnehmen kannst. Diese Frage stellen sich viele. Denn die meisten Produkte, die im Handel geboten werden, sind von vorne herein zum Scheitern verurteilt und können ihr Ziel, das unbeliebte Fett abzubauen, nicht erreichen. Der erste Schritt ist, mehr über den Stoffwechsel herauszufinden. Darunter versteht man alle Prozesse, mit denen die verspeisten Nährstoffe in die vom Körper benötigte Energie umgewandelt werden, damit alle Körperfunktionen korrekt ausgeführt werden können. Dazu gehören beispielsweise folgende Funktionen. Darüber hinaus ist es grundlegend zu verstehen, dass der Stoffwechsel bei jeder Person unterschiedlich funktioniert. Dabei spielen nämlich folgende drei Faktoren eine besonders wichtige Rolle. Kalorien sind für den Körper eine wichtige Energiequelle. Sie werden bekanntlich über die verspeisten Nahrungsmittel aufgenommen. Kalorien sind lebensnotwendig, wobei die Einnahme kontrolliert werden sollte, um Übergewicht und die Einlagerung von Fett im Gewebe zu verhindern. Wichtig ist, einen gesunden Ausgleich zu finden, um Beschwerden oder ernstere Krankheiten zu verhindern. Wenn der Körper mehr Kalorien verbraucht, als über die Ernährung aufgenommen werden, spricht man von einem Kaloriendefizit. Genau hier liegt das Geheimnis einer gesunden Fettverbrennung und eines gesunden Körpergewichtes. Wenn zu viel adipöses Gewebe aufgebaut wird, empfiehlt es sich, ein Kaloriendefizit zu provozieren, um ein gesundes Gewicht erreichen zu können. Hast du diesen Beitrag schon gelesen? Gesunder Shake aus Erdbeeren Hafer und Ingwer zum Abnehmen Wenn man eine Diät einhält In der Kalorien jeden Tag reduziert werden, kann man damit die Stoffwechselrate erhöhen und ein perfektes Gleichgewicht erreichen. Wichtig dabei ist jedoch, diese Methode Schritt für Schritt umzusetzen. Wenn die Veränderungen zu radikal sind, könnte es zu Gesundheitsproblemen kommen. Fehler könnten auch zur Folge haben, dass genau die gegenteilige Wirkung erzielt wird. Dann kommt es zu überschüssiger Energie und das Körpergewicht steigt anstatt zu fallen. Entdecke auch diesen Artikel, Frühstück und Abendessen, 5 Schlüssel, die dir beim Abnehmen helfen, vergiss nicht, dir eine Übungsroutine zusammenzustellen, die du täglich durchführst. Darüber hinaus ist ein gesunder Diätplan wichtig, um das Ziel tatsächlich zu erreichen. Es empfiehlt sich, dafür einen Ernährungsberater aufzusuchen, der die Diät an die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen anpassen kann. Titelbild freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Urheberrecht WikiHau. Komm Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017